Ich möchte euch in diesem Video erklären, was ein Coach eigentlich macht und wie ein Coaching bei mir abläuft. Während unserer Coaching-Session höre ich dir zu. Ich höre dir wirklich aufmerksam zu. Du kannst dir alles von der Seele reden und wir werden zusammen Lösungen erarbeiten, die für dich passen. Ich gebe dir Tipps und Anregungen und gemeinsam schauen wir dann, was passt auf dich als Person und was passt in deinen Alltag. Ich gebe dir auch super gerne weiterführende Empfehlungen. Es gibt einfach Menschen, die zu bestimmten Themen viel, viel mehr Ahnung haben als ich und die empfehle ich dir dann natürlich gerne weiter. Ich gebe dir Buchtipps, Podcast-Tipps, Sachen, wo du dich weiter zu deinem Thema einfach informieren kannst. Ich möchte dir nichts aufstülpen. Bei mir gibt es keine fertigen Lösungen, die ich einfach jedem dann an die Hand gebe. Wir erarbeiten gemeinsam deine individuelle Lösung für dein aktuelles Problem. Wenn du unsicher bist, ob ein Mama-Coaching etwas für dich ist, ob du dich mir zu 100% anvertrauen kannst, dann biete ich dir immer ein kostenloses 15-minütiges Kennenlerngespräch an. Da kannst du so ein bisschen schauen, wie bin ich drauf, wie funktioniert das. Du kannst gerne mit mir auch nochmal deine Bedenken besprechen, die ich dann hoffentlich aus der Welt räumen kann. Und du kannst einfach schauen, passt das für dich? Ist das was für dich? Und diese 15 Minuten sind immer kostenlos. Also wenn du dir unsicher bist, dann melde dich gerne bei mir und wir telefonieren gemeinsam. Und wenn du dich für eine Coaching-Session bei mir entschieden hast, dann läuft das Ganze wie folgt ab. Du bekommst von mir im Vorfeld ein, zwei Tage vorher ein paar Fragen zugeschickt, die du bitte vorher beantwortest, damit ich mich so ein bisschen auf deine Situation einstellen kann, dass ich schon ein bisschen was über dich weiß und dann telefonieren wir miteinander. Das heißt, das Ganze funktioniert ortsunabhängig. Wir müssen nicht am selben Ort sein. Das kann übers Festnetz sein, übers Handy sein, auch über Skype sein. Und dann erzählst du mir einfach und gemeinsam finden wir dann Lösungen. Und 60 Minuten sind immer angesetzt, manchmal dauert es ein bisschen kürzer, manchmal wird es auch gerne mal ein bisschen länger, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und danach biete ich dir vier Wochen Nachbetreuung. Das heißt, du kannst dich dann innerhalb dieser vier Wochen nach unserem Gespräch jederzeit an mich richten, mitfragen, wenn es doch nicht so läuft. Du bekommst von mir auch nochmal vier E-Mails, in denen ich dich frage, wie es bei dir läuft, in denen ich dich nochmal motiviere. Und dann kannst du entscheiden, ob wir nochmal telefonieren wollen, ob wir nochmal besprechen wollen, wie es läuft, ob du ein neues Thema hast, was aufgekommen ist. So läuft das bei mir. Allerdings können wir das auch ganz individuell auf dich anpassen. Wenn du sagst, das ist gerade sowas, ein intensives Thema, was dich arg beschäftigt, mit dem du nicht alleine fertig wirst, dann können wir auch gerne wöchentlich telefonieren. Wir passen das einfach so auf dich an. Ich habe dir gerade erklärt, wie es normalerweise bei mir läuft, aber wir finden für alles ganz individuelle Lösungen. Und diese Coaching-Session, die ich gerade beschrieben habe, mit dem einstündigen Telefonat und den vier Wochen Nachbetreuung, kostet dich 50 Euro. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten und ein paar Vorbehalte gegen das Coaching vielleicht ausräumen. Wenn du weitere Fragen hast, stell mir die gerne in den Kommentaren, schreib mir eine Nachricht und wir finden für dich eine Lösung.